War dieses Ding dort drüben damals auch schon hier? Kommt mir nicht bekannt vor. Vielleicht sollten wir es besser überprüfen. Was war das denn? Wohl eine eurer Sicherheitsmaßnahmen. Der Bereich des Kraftfelds, das uns umgibt, ist ziemlich klein. Wir sind komplett eingeschlossen, zu eng zu manövrieren. Hey, der aktiviert! Was haben wir nun von Geschichte? Jede Menge Ärger. Die Drohnen sind die zweite Stufe dieses Verteidigungsmechanismus. Durch das Kraftfeld sind wir für Sie zu einem leichten Ziel geworden. Hey, Ärger! Das ist ein angelemes Gefühl! Lieutenant, wie kann es sein, dass Ihre Abwehrsysteme weder Sie noch uns als Autobots erkennen? Sie waren programmiert, Verbündete zu erkennen. Aber die Decepticons nahmen einen von uns gefangen, um Zugang vor Fasis zu halten. Also haben wir sie umprogrammiert. Slidstream, Jetstorm, helft uns! Ist uns ein Vergnügen, Meister. Ja! Also so langsam fängt mir unser kleiner Ausflug an, Spaß zu machen.